ich bin ja hier muss ich hin vorher brauche ein schlüssel ich will leiter oben macht hier sind und müssen die kisten hier brauche keine kiste wir kommen hier rein gar nicht also das zurecht schieben glaube ist zwingend notwendig hier man bräuchte zu 100 prozent aber irgendwie quatschisch oder mist die ganze zeit für was brauchen die blöde kiste bin jetzt hier so hier und hier und hier und hier und hier ja dann jedoch erst mal runter holen wir den schlüssel ja alles klar ok jetzt hat es wieder zurück gesetzte kiste jetzt habe es problem sehen die kiste brauche ich hier unten das ist echt spannend irgendwie keine verbindungen austauschen wenn ich irgendwo drinnen bin es wird schon voll gut wenn ich das könnte mal ausprobieren erst mal hier runter hierüber schlüssel holen schlüssel holen zurück wenn ich die verbindung jetzt kappe setzt damit zurück nein kann ich nicht ok aber das macht halt überhaupt keinen sinn warum ist hier nur so hier hingehen ok gut jetzt könnte es aber funktionieren kiste schmeiß runter schlüssel nehmen zurück ja geht doch hier her schlüssel das ding nehmen fertig